Wir haben zwar gestern schon reingeschaut in die Baugruppe des Technikgebäudes, aber nachdem ich noch mal hier bin, gibt es gleich wieder ein kleines Video. Die Armierungsarbeiten gingen gestern und heute weiter und wenigstens eine Neuigkeit kann ich noch erzählen. Die Fundamenterde sind mit eingelassen, um den Potentialausgleich der Elektrik zu gewährleisten. Musik Der Attacke Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020